Das ist richtig. Wäre das mal eine Taktik, dass man versucht, ein bisschen vor den Kreisen zu bleiben als Test? Na gut, das hängt davon ab, wenn du brauchbaren Loot hast, kannst du das machen. Ja, aber immer auf die Situation an, das ist es ja. Ja, weil die letzten Male haben uns heute welche dann aufgelauert an der Stelle. Und dann hast du frei Schussfeld auf uns und dann sind wir weg. Sollen wir denn jetzt mal nach Prison? Können auch ins... ja doch, das könnten wir hinkriegen. Oder nach Menschen. Ist halt über Prison. Menschen wirst du schwerer hinkriegen, aber Prison könnten wir anpeilen, ja. Gatkal würde auch wieder gehen. So schlechten Loot hatten wir nicht, muss ich sagen. Nee, am Ende hin nicht. Das ist richtig. Also wenn ihr das nochmal anbietet, kann man das ja nochmal machen. Ja. Kann man natürlich. Also so wie die Flugroute wird, wird es bestimmt ganz Norden enden. Obwohl ich hatte heute so eine Flugroute, dachte ich gehe weiter nach Norden und dann musste ich unten auf der Militärjensee. Dabei bin ich dann auch vom Motorrad geflogen und tot gewesen. Aber naja. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ein Schlumpfbärenschnaps. Ich finde auch, dass man jetzt alle Insassen sehen kann, wer schon alles raus ist an den Sinsen. Ja. Guck mal, die fliegen alle jetzt schon raus. Großartig. Ja, jetzt werden viele Military abspringen. Und Poschinski vielleicht. Also wir werden wahrscheinlich da aber nicht alleine sein. Das weiß ich nicht genau, weil Milter werden jetzt gleich zeitgleich auch einige abspringen. Und raus. Also hier sind die alleine. Ein Team fliegt hier mit uns. Okay. Also wenn ihr es anfangen könnt. Die sind ja direkt über dir. Die gehen aber unter Prison raus, glaube ich. Nein, die gehen dahin, wo wir hinwollen. Die Hallen beim Prison sind ganz fein vom Mood. Aber schlechtere Deckung und das Gebäude da unten mittendrin. Ich habe auch noch mal zwei hinter mir. Ist okay. Also die wollen hier zu uns. Ach nee, das ist Rüppchen. Doch, die wollen zum Prison. Ich gehe unten in die Hallen rein. Ja, dann wird das hier wohl nicht lange dauern. Ja, abwarten. Wir haben Rüppchen dabei. Ja, jetzt nicht alles auert. Scheiße, ich hänge fest. Autsch. Ich habe endlich mal ein Scharfschützengewehr. Man muss es nur mal sagen. Hä? Da kommt jemand. Fangen wir mal so an. Ich habe noch nichts. Ich habe eine Knarre wenigstens. Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall schon mal einen Scharfschützengewehr. Wer schießt? Ja, ich vergiss es. Bye-bye. Ja, er liegt hier bei mir. Ja, der macht dich auch gleich, ne? No chance. Ja, der ist tot. Ich bin tot. Ich gucke mal bei euch zu. Der ist einer. Ich treffe ja nichts, weißt du? Wo ist denn der? Von wo er geschossen hat, weiß ich nicht. Bei Rüppchen ist jemand. Ja, ich habe ihn. Im Haus. Ja, der lebt noch. Bei Rüppchen sind zwei Leute oben. Oh, fuck, 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 fuck. Äh. Oh, ja. Ich bin tot. Rüppchen ist auch raus. Ah, scheiße. Mit Kimmo und Korn mit der ist natürlich scheiße. Wie steu ich weiter zum nächsten? Mit Scheitasten oder mit Bild hoch und runter? Mit Bild hoch und runter. Ich habe leider nur eine Machete. Ja, ich schieße hier mit Kimmo und Korn. Das ist... Ja, wir haben gute... Also ich habe zumindest Munition hinterlassen. Ja, die hat er jetzt wahrscheinlich. Also wenn du... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber die Knarre brauchte. Der hat eine UMP. Ja, vielleicht. Da wo ich war, waren zwei Leute, ne? Ja, ja. Einer mit Knarre, einer ohne. Die höre ich auch noch. Der andere wird sich wahrscheinlich auch eine Knarre geholt haben. Äh... Einer ist jetzt bei mir hier. Ne, beide sind unten. Doch, vor dir. Vor dir. Vor dir. Gute Nacht, Koray. Vor dir. Vorne Zentraleingang. Ja. Vorsicht, die kommen raus. Die sind mehr oder weniger. Einer ist noch drinnen. Ja, da ist einer. Zwei. 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 Ich wollte mich von hinten überraschen. Ja, und dann kam der eine aus der Halle raus. Ey, mit Kim und Korn. Ja. Mit einer Mini und Kim und Korn. Ja. Ja. Okay. Team 4 habe ich auch keine Chance mehr. Shit. Ne. Mit Kim und Korn konnte ich nicht schießen. Das ging nicht. Okay. Katka wäre so eine schöne Idee gewesen. Aber Prüssen vom Loot her, wenn da keiner mit hingeht, ist das ganz gut. Tolle Runde. Ein Versuch was wert. Ja. Zumindest kann man sich nichts vorwerfen, dass wir das jetzt irgendwie künstlich rauszögern würden. Nein. Kein Schlumpf unter dieser Leiche. Ja, das ist gut Zippchen. Wir sind alle tot, ne? Ja. Ja. Wir sind auch schon in der Lobby und sind auch schon wieder ready. Alles klar. Ihr Lieben, ich würde euch jetzt mal zugucken, weil mein Essen gleich irgendwann mal ankommt. Und würde mich einmal kurz hier rausziehen für diese Runde. Weil wenn ich in der Runde bin und dann kommt das Essen und ich kenne den Lieferdienst. Die kommen immer meistens früher als angedacht. Ja. Mach dir bitte eine Runde ohne mich. Dann müsstest du einmal kurz das Team liefen dafür. Ja. Ja. Wobei, es bleibt sich leicht, ob du drin bist und stirbst. Wir spielen sowieso gegen 4er Teams. Das ist richtig. 3er Teams gibt es nicht wirklich so. Ja, oder soll ich mit reingucken und mich einfach irgendwo verstanzen? Nee, ist gut so. Ist zu spät. Dann machen wir so, ne? Lan, eine gute Nacht, wünsche ich auch. Jo, danke Praxi. Da gucke ich mal eben, ob ich den Multistream hier einmal mit reinnehmen kann. Achtung. Brauchst einen Link oder hast du einen? Nee, ich habe einen. Das wird interessant. Kann man jemanden Käppi leihen? Kann man das mal probieren? Kann man jemanden Käppi leihen? Kann man das mal probieren? Wenn ich nochmal eins finde, dann verhandeln wir darüber. Kannst du eins haben? Nimm es mir ab. Nimm es mir ab. Ich habe noch zwei an der anderen Farbe. Was? Hier. Nimm es. Hier. Sehr witzig. Findest du da aber auch? Also. Hey. Du bist nur ein freundschaftlicher Klaps. Ja. Der auch. Galdis, dir eben hat es eine gute Nacht. Gehen los. Hi. Benji, danke für den Follow. Hi. Schöne Frisur. Schönen Abend. Achso. So. Also ich habe mal die Wasserstatt gemarkert. Ich hoffe, wir kommen da hin. Ich mache die auch mal, weil das Blau geht in den Blauen ein bisschen unter. Ja. So. Dann seht ihr zumindest den Multistool mit in den Jungs. Schaltet euch. Er hätte es natürlich auch mitkommen können. Er hätte es direkt in die Kameras gucken können. Wäre ja auch nicht möglich gewesen. Ja. Dann hätte ich mich irgendwo verschanzt oder so. Ja. Sache ist dann nur, dann nimmst du irgendjemand anderen die Chance, da eventuell mit ins Spiel zu kommen. Kriegst du eventuell von irgendjemandem aus dem Chat vielleicht auch gesagt, der das ausspielt. und dann mach die gleiche an. Ja. Dann hast du wieder Diskussion. Okay. Und raus würde ich sagen. Ja. Jetzt. Komm mal. Ich habe es mal angepasst, Odin. Mucki. Mucki, raus. Ja, ich komme schon. Ich komme schon. Danke. Wollte eigentlich Starvation mit Astrak weiter gucken können. Kannste ja, es liegt ja hier an den Videos auch drin, von der Idee her. Oder wie meinst du das? Wollte gerade sagen, die Starvation liegt ja da. Nicht auf Tütsch. Kommt auch auf Youtube, aber auf Tütsch liegt es ja auch. Ruinen gehen welche. Gelbe Häuser sind auch ins Spot gelandet. Ja. Ja. Ja, aber hier bei uns nicht, ne? Nicht, dass ich jetzt gesehen hätte. Nee, bei euch ist es ruhig. Was heißt bei euch? Du bist auch hier, oder? Ja, aber noch über euch. Ich bin ein bisschen später. Ich bin jetzt ernsthaft, wie kann ich mich vom... Ah. Okay. Im Baum gelandet, ey. Im Baum? Ja, eigentlich hätte ich aufs Dach kommen müssen. So wie das aussah. Na gut, das hat immer noch so ein paar Haken dann. Immerhin gleich mal ne Waffe. Das ist doch einer von euch hier auf dem Dach, hoffe ich mal. Ich bin oben auf dem Dach. Oh, was haben wir denn her? M6 4a. Wir hatten hier zwei. Oh Gott. Glück. Braucht noch jemand eine M16? Eine M16? Eine A4 ist noch eine zweite. Ne, M16 habe ich. Okay. Ich habe die gleiche gefunden. Ja, und gleich 120 Munnen. Sehr schön. Jetzt brauche ich einen Rucksack. Das ist gut. Wenn jemand einen Rucksack findet, einfach mal rufen. Und dann rufe ich. Hier oben ist einer. Du bist doch auf dem selben Haus von Edney bist du nicht, ne? Ne, ich bin gegenüber. Hier sind sogar zwei. Du kannst ja einen aussuchen. Okay. Helm Stufe 2 haben wir hier noch gefahren. Also habe ich jetzt. Moment. Kannst du markieren eben? Kannst. Das ist wahnsinnig. Ja. Ja, ich finde das Haus uns gleich nicht wieder. Aber ich habe gerade einen Rucksack gefunden. Stufe 1 war das bei dir, oder? Ja. Ja, okay. Das ist praktischer lang gerade. So, was haben wir denn hier? Nix. Okay. Oh, Splittergranaten. Das können wir ja loslegen. Dann können wir auch mal 10 Granaten werfen. Ja, das war schon heftig eben. Das war wirklich heftig. Also das hatte ich auch noch nie. So. Das war das, was ich da war. Wo? Okay. Zone müssen wir drinnen. Aber in dem, in dem Augenblick, wo du den Helm aufsetzt, setzt du die Baseballkappe ab, oder sich das heißt? Das ist richtig. Ja. Nein, du hast die Baseballkappe natürlich eigentlich unter. Ja, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gerade eine aufnehmen können. Aber das, äh, brauche ich mal eine Schaft für eine Mikro-Uzi? Ach, warte mal, ich. du. Ich glaube, Bell braucht ein. Ich frage ihn mal, wenn ich ihn sehe. Ich habe schon mal einen Haltgriff. Platsch, platsch. Dann... Das wird schon interessant. Da läuft der Waliser. Da war doch schon jemand drin. Port 9, den Schaft, Mikro-Uzi? Negativ. Aber ich habe eine K. Den Schaft habe ich. Fällt mir noch das passende Scope für dich? Irgendein Scope übrig? Ich habe noch nicht mal einen Rotpunkt. Zwei-Fach-Sucher. Man muss nur was sagen. Für eine AR habe ich noch ein paar Aufsätze mit. Ich habe auch noch Aufsätze. Eine UMP9. Nämlich die R als die Mikro-Uzi. UMP kannst du wenigstens ein Scope drauf tun. Ich finde die etwas besser. Das ist richtig. Ja, aber ich habe ja die M16. Besser als die Uzi. Ja? Ja. Ich ziehe UMP auch immer vor. In meinem Haus hier ist oben noch eine Pfanne. Falls du haben möchtest. Ich habe eine. Well? Ja, kann ich da mal gucken. Kann dir den Arsch retten. Äh, wörtlich gesagt. Ich werde beschossen. Wer bist du denn? Hinter uns. Garagenhaus. Garagenhaus? Aus der Richtung. Echt? Ich habe jetzt gedacht, das kann was anderes. Nein, nein. Ich bin auf dem Weg zur Tür gewesen. Da bin ich geschossen worden. In welche Richtung? Garagenhaus wäre jetzt Nord-Osten. Also Richtung Norden oder Osten fürchte ich. Aber ich habe keinen in der Nähe landen sehen. Die müssen wieder hergelaufen sein. In welchem Haus warst du denn eben also? Das ist die Frage. Neben dir eben. Da hinten. Hier? Nein. Oben neben dir. So, ich bin gerade unter euch quasi. Das Spiel wäre eigentlich für kleine. Hier vorne, da wo das braune unten ist. Ach da, okay. Und da oben drin. Und jetzt müssen wir ein bisschen mit aufpassen, falls da... Hier war ich doch auch schon. Was soll die hier gelegen haben? Oben eine Pfanne. Ach, die Pfanne, ja. Ja. Manche Häuser sind auch echt gleich. Oder ich habe sie übersehen vorhin. So, wo, wie sieht es überhaupt ein... Ach gut, wir sind immer im Kreis. Ja, okay. Aber draußen sind ja wahrscheinlich noch Leute, oder? Wir haben ja auf jeden Fall irgendwo Leute... Wie gesagt, hinter uns auf Westen sind welche runtergekommen. Aber die Schüsse kamen nicht aus Westen. Wollen wir hier weiter gucken, oder wollen wir uns auf dem Weg einfach irgendwo anders hin machen? Und wenn ja, wohin? Ich würde jetzt erstmal noch ein bisschen looten mit im Hinterkopf, dass wir da eventuell Besuch haben. Das reicht. Ich bräuchte auf jeden Fall noch einen Scope für die Kale. Ja. Da lungert der Muckiana einfach irgendwo rum. Der riecht gerade. Ich denke mir auch. Ich bin unter dir. Leichtgewichtiger Griff gegen Daumengriff, ich nehme den Leichtgewichtigen Griff. Ihr lauft da rum. Ich bin gerade vor der Tür. Ich habe dich gesehen. Das wird jetzt interessant, wenn die so nah sind, ob die abgehauen sind oder ob die ihre Beute doch aufspüren wollen. Du hast gesagt Garagenhäuser, ne? Das ist der Richtung, also Richtung Osten. Ich habe aber nicht mal einen Zweier. Yo, 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 Essen ist da. Alles angekommen. Bei den Garagenhäuser. Guten Hunger. Banshee, danke für das Abo. Bei den Garagenhäusern sind wir ja gerade. Ne, Garagenhäuser sind hinten Norden. Norden, Nordosten. Da sind wir doch drauf, oder nicht? Ne, ne. Wirklich, Norden, Nordosten, also über die Straße noch. Ach so, okay. Die meinte. Weil da auch meistens ein Auto war. Oft ein Auto drin da steht. Ach, bei denen. Ja, okay. Jo, wollen wir weiter ein bisschen? Ja. Ja. Ist die Frage. In welche Richtung wollen wir denn? Schule oder wollen wir hier? Ja, genau. Ich hätte sonst den Ort da nicht so. Aber so ist es auch wahr. Schule ist eine schlechte Idee meistens. Weil da hast du extrem guten Loot und da gehen so viel drunter. Benji, wann das Hardcore Event startet, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es dafür, aber ich darf es nicht sagen. Da dürfte aber in ganz kurzer Zeit bei Asrak und auch beim Schnitzel Gameplays eine Ankündigung kommen. Es wird nächsten Monat sein. Es sieht zu aus, ja. Warum? Das ist doch jetzt das Hardcore Event hier. Ich kann, oder bin ich tot bin gleich. Gerade sehr viel Text. Also was wir auf jeden Fall noch brauchen, sind Aussätze. Ich habe einen 2-fach Scope, aber geht halt besser. Ja, sowas bräuchte ich auch mindestens. Am besten wäre sogar noch so ein 3- oder 4-fach für die Car. Cool. Ja. Weil Schnitzel hatte heute schon wieder Spinshots von seinem, ich schneide ein ominöses, ein Trailer-Video. Ja, das habe ich auch gesehen. Dann habe ich einfach nur geschrieben, ich fahre mit einem Velker fährt mit dem Mini-Bike, äh, hält sein lila Mini-Bike an und fragt sich, was mag das denn wohl sein? Irgendwie so. Ja. Hier ist noch eine SKS. Ich glaube, ich bin mit der M4, glaube ich, glücklich. Ich weiß es nicht genau. Ich überlege es mir noch. Ja. Hier oben wäre dann auch noch Muni dafür. Ja, hat irgendwann mal einen Rucksackstuf jetzt... Wann habe ich einen 2er Rucksack überhaupt? Ne, ich habe immer noch einen 2er Rucksack, in den einen Rucksack, einen 2er Helm und eine 1er Weste. Ja, die 2er habe ich auch noch nicht wieder gesehen. Ich habe nur mein Eilnetz gehabt. Aber ich bin gar nicht so schlecht ausgestattet. Also und der Charakter auch nicht halt, ne? Ähm, ich würde mich hier mal ablegen, wenn ihr hier gleich hinkommt. Mhm. Hier liegt noch eine VSS. Hier ist noch eine Pfanne, wenn jemand eine braucht. Hier ist auch noch Muni, hier ist überall Muni. 7mm? Braucht jemand 7mm von euch? Ne, gar nicht mehr. Nehme ich mal mit, gebe ich dir gleich, wenn wir uns sehen. Hier im Haus ist auch noch mal, wer weiß was, an 7er und 5er Muni. Hast du dich unten im Flur abgelegt? Unten im Flur, ja. Okay, dann weiß ich jetzt, wovon es war. Hier oben ist auch noch eine AKM. Äh, bleib mal da, Mokihana. Ich komme mal eben zu dir. Hier, dann gebe ich dir die 7er. Leg das auch noch ab. Danke. Also ich habe jetzt nur 7er Munition, also nur Waffen für 7er. Hier liegt noch Munition, 5er, im Seitenraum. Ne, die habe ich hingelegt. Achso, die eine habe ich auch hingelegt. Ja, ich habe jetzt, oh gut, braucht ihr jemand? Also ich habe jetzt alle aufgenommen, ich habe 280 Schuss dafür. Ne, ich habe für die K genug und ich habe auch für die Rumpel, glaube ich, genug. Die Uzi sollte ich vielleicht auf Dauerfeuer stellen, oder? Ja. Oder nicht? Stoß, Dauer? Ne, Dauer. Es fehlt nur noch ein Scope. Ja, genau. Wir sind da unten, wir können jetzt noch rüber gehen, weil nach Puschinski möchte ich nicht unbedingt. Dann gehen wir Richtung Blau. Dann sind wir mal blau. Ja, dann sind wir mal da, aber nur will ich nur kurz looten und dann, obwohl die Zeit haben wir ja noch. Ja, wir sind ja noch im Kreis. Ja, genau. Ich wollte ja nur voll im Kreis bleiben. Das bleiben wir auf jeden Fall. Gute Nacht, Ome. Schön, dass du reingeschlagen hast. Nacht, Ome. Gute Nacht. Schlaf verfallen. Wo fliegt der denn nur bei mir und guckt bei dir weiter? Kann ja sein. Das kann natürlich auch sein. Dann wird er ja Gameplay sehen. Ja, ja. Das sehe ich bei Ome ja auch schon. Siebener Muni hattest du jetzt genug, ne? Äh, ja. Gut. Die müssen ja beide in den großen Häusern hier, oder? Nur Hähne eins und alles nur Stufe eins. Braucht jemand neuner Munition? Nein, nicht unbedingt. Nicht notwendig. Ja, für die UMP. Ich habe 135 Schuss. Bring ich mit. Also so an die 200 Schuss für eine Spraywaffe solltest du haben. Ja, 150 habe ich jetzt. Ich glaube noch was gefunden. Was haben wir denn da? Ein Rotpunkt. Zwei Rotpunkt. Zwei Rotpunkt. AKM bei mir. Ich nehme mal eins mit. Hier liegt noch ein Rotpunkt, falls jemand was haben will. Das ist kein richtiges Scope, aber... Ich habe ein 6er Zielfernrohr gefunden. Oh, das ist nett. Bringst du mir das mit? Und ein Patronen. Ne. Ich habe noch ein erweitertes für AR, das bringe ich mit. Da haben wir die 9er. Und der Handgriff noch. Achso. Ich glaube ich befürchte ich kann gar nichts mehr aufnehmen jetzt. Weil ich den... Nicht genug Platz zum Scheiß. Pack ich 5mm zur Seite oder... Warte mal... Taktisches Lager kann ich wegpacken. 5mm brauchst du auf jeden Fall weniger als 6er, weil du da einen Einzelschuss gibst. Da kommt was. Ja. Südlich. Direkt bei dir Aldo. Direkt bei mir. Ja. Direkt bei dir. Wir gehen in dein Haus. Was? Wo kam der denn jetzt her? Hinter Eingang. Na toll. Aldo ist tot. Ich habe nur die beiden auf Ruggie gesehen. Eine umläuft jetzt rechts. Die hätte ich sowas von weggesprillt. Eine ist rechts hinter dem Garagenhaus. Der zweite müsste noch bei Aldo im Haus sein. Da waren eben noch zwei bei mir hinten im Haus. Den dritten habe ich verloren. Ja. Ja. Welder. Gut getroffen. Der ist wieder an der Mauer. Ja. Ich sehe es. Der geht rüber. Der ist wieder hinter der Garage. Ha. Car. Ja, das war meine Car. Ach. Tischlerin, danke für die Bits. Sind beide noch an der Mauer? Was ist der TK? Halt dich erst. Von wo? Von hinten unten wahrscheinlich. Okay. Hat der umlaufen.